Im Weinkeller des Montecito wird eine überraschende Entdeckung gemacht. In einem geheimen Privatlager der verstorbenen Chefin werden mehrere Flaschen von einem der seltensten Weine der Welt gefunden. Bei der anschließenden Versteigerung wird ein fulminanter Preis dafür erzielt. Die erste Weinverkostung jedoch sorgt für große Verstörung. Las Vegas, Sonntag um 20.15 Uhr auf Anixe Plus.